Dieser VW Polo steht hier zum Verkauf. Vier Personen haben in dem wendigen grauen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei unter 21.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2014. Der Kleinwagen besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, Start-Top-Automatik, Tagfahrlicht, ABS, ESP und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 75 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners liegt bei 4,8 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen.